Donnerwetter, so jung, denkt Carmen und wirft einen zweiten Blick auf ihn. Und der Body? Was soll der sein? Impotent? Also passt sie sich seiner knappen Redeform an. Bier, Wein, Sekt, Saft? Mineralwasser, wenn du das hast. Ich muss noch heimfahren, er schaut sie an, oder? Ja, natürlich, sagt sie schnell. Was soll denn das? War das ein Indiz dafür, dass er gar nicht impotent ist? Oder kann er mit solchen Dingen locker umgehen, weil er impotent ist? Sie greift im Kühlschrank nach der Mineralwasserflasche und nimmt zwei Gläser. Selten, dass sie auf diese Weise Gäste bewirtet. Beide stellt sie auf den Tisch und setzt sich ihm gegenüber hin. Also, beginnt er fragend. Was? Was? Eine Augenbraue hoch. Was ist mit dir los, dass du einen impotenten Mann brauchst?